Ja. So, jetzt ist es gut. Hallo zusammen, du bist mit dir von der Master Drunkins. Martin. Ja, zu Martin wie ein Fleisch, auch du. Wir sind jesterl. Das tut mir schockt. Ja, heute war ein schlimmer Tag für uns alle. Die Schweizer Nazi für dich gegen die Dreckschweden. Scheiss Schweden. Jetzt nur mal so sagen. Dreckschweden. Es nimmt uns alle mit. Ja. Und für alle Schweden, die so hören. Ja. Du musst mit den Leuten reden. Sonst nimmt Michael jetzt schön deine Stimme. Ja, sie hören mich schon. Ich sag schon, wenn sie sie hören. Heute mal ein bisschen andere Zombie Night. Nur mehr zwei. Und kein Transip-Modus. Gebe auf Transip-Modus. Licht nehmen an den Rassen-Affort. Tipps & Tricks für mich. Und Manni, nein. Der Blei. Jetzt hat er's verkackt. Manni, da will ich auch sowieso ausdrehen. Ich bin so gross zu sein. Das müssen wir überlegen. Wieso? Bei dir der Puncher ist der nicht verschlaglich. Ja, den kannst du nur bis Runde 11 brauchen. Bis Runde 15. Runde 15. Runde 15. Für alle liebe Zollhörer. Der Dario ist der erste. Ich kann ihn auch gut brauchen für das Runde 11. Aber Runde 11, 12. Wir müssen dir zwei Punchen geben. Einen Punch. Runde 15. 100 Franken darauf wettet. Schon rund 13. Ja, ich habe schon viel verloren. Einen Punchen gibt uns. Ich will nochmal verlegen. Oh, bitte. Komm, zwei. Ja, ich komme nach vorne. Das ist Stumpf. So ist gut. So ist perfekt. Ja, warte, jetzt riecht es aus. Ich tue es… So ist perfekt. Ich tue es… Nein. Ja, ist gut. Es ist perfekt. Ich sehe einen Zombie. Wir können ein bisschen Englisch sprechen. Ja, wir können ein bisschen Englisch sprechen. Ja, wir können ein bisschen Englisch sprechen. Ja, wir können alles von der Schule sprechen. Elf von Pornos. Es ist sehr einfach für mich. Aber ich verstehe nicht. Du musst ein bisschen reden. Wenn du die Lachen kannst, du kannst dich einfach mal lernen. Yo, shut the fuck up, people. Ja, was ist das? Ich hätte vorher können nicht rumschreien. Ich bin hier aus England. To speak for you. In this zombie mode. From Call of Duty Black Ops 2. And yeah, we know it. It's a so simple game. It's a fucking zombie. It's a fucking simply bad. Simply the best. Da, 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 da. Ja, da, da, da. Lass mich in Ruhe. What a sad. Sie klemmen von der Seite. Sie klemmen uns ein. Oh yeah. The one player is down now. He's a... I revive him. I think, I think Asachi is a noot. Yeah. The round, round three, he's down. The first time down. It's very difficult to be, play with us. It's not a pro, Vivi. It's... It's like we are. It's... Our. Yeah, so... Go away. Yeah, I think so. The gross kitchen goes into bed. Ah. Ah, so there is a strolling camera. We have the first... The first special effect found here. I have the... He's in the... He's in the... He's in the first... He's in the first house in the garden. It's... On the... On the... On the... Round map... Our... Our... We have plenty of this map. We have... Two special... Two special effects. And we have... He's a... He's a... Very good. Winning the round... We can have a shot. Winning the round 27. Yeah, yeah. We are really good. We are there again and camp on... So... Camp on the... On the... On the house on the... On the... On the... Balcon. He's... From behind me this motherfucking zombie. He's hitting me... Behind. My... Ass? Hahaha... Yeah... My... Can... Do you want... A cigarette, bro? Huh? Yeah... It's melting. Oh no... The... First player... The two players down... Um... Rewrite. Oh no... This... Aaaaah... All motherfucking... In the house... I go... I go... I go in the middle... I go... Save the house? Ich gehe zwischen den Häusern. Er ist der Schuhboss. Oh! Es ist rund 5. Ich fühle mich, es ist... ...lazy. Wieso? Ich habe nicht 2.000. Wieso kann ich diese Scheisse nicht wegmachen? Es war wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ich kann nicht diese Scheisse nicht wegmachen. Ich habe einen Sniper, DSR50. Er ist mein Lieber. Er ist mein Lieber. Er ist mein Lieber. Ich kann viele Zong mit ihm shooten. Er ist... Er ist ein Lieber. Er ist ein Lieber. Er ist ein Lieber. Aber die Schuhboss haben wir mit dem Sniper. Er ist ein Lieber. Entweder Quickscope, das ist das nicht. Ja. Ich denke, ich denke so. Es ist nicht sehr schwer, mit einem Sniper, mit einem Sniper, mit einem Zombies. Es ist... Ah ja! Warum? Die Polizei! Warum geht das? Ah, come on! Come on! Ich wieder zum Beispiel. Come on! Mein... Oh, oh! Was, was, was... Bad boys, bad boys! What you gonna do? What you gonna do, when we come for you? I have to... I have no money for this. I have no money for this. Thousand... Two hundred... I think I broke... Two thousand... Oh, shit! Oh, oh, oh... Oh, shit! Diss selber auf! Wo ist sie? Oh, schau, bin ich gestorben, Mann! Come on, Tere! What's going on here? Komm, ich geh holen, ist gescheidern, super schief! Pack deine richtige Schrot aus und nicht zu mittel oder durch! Ja, lau... Umlauf sie schnell! Come on! Ist gut, einen hol! Ah, okay... I can, I can, difficult this... Oh, du Noob! Ah! It's very hard to game, so whole noobs... It's not very sick! Come on! Come on, come on, come on! It's a... Who's your friends are dead? You can... Don't... A lot of action here, when zombies are getting over your time. I think it's... Very possibly four zombies... Three zombies... Three zombies... Four zombies... Ten zombies... A lot of zombies behind me... Ah, gut... Nicht versucht, den Scheiss Drimmer wegmachen... Wait a moment... Du hast den Moment... Ah, okay... Yo, it's my money, ey! Can the... Ich kann's nicht wegmachen... Oh, it's a lag... In the game... We can't... Ah, yeah... Jetzt hab ich geschafft! No, it's going... It's going away... Wir müssen das zweite hin und öffnen... Okay... Man muss gleich beide wegmachen, so wie es aussieht... Ah, okay, it's amazing... Okay, I don't grow money... My money is here... By me... Okay... The zombies are... A little bit faster... We can... Ich höre auf Englisch... Wir sind in der Schweiz... Wie mit den Haaren... Okay... Ja, man sieht... Die zombies sind ein bisschen schneller geworden... Komm ein bisschen näher... Deine Stimme nimmt zu kaum auf... Doch... Nein, ich sehe es ja... Schau mal wie gut es mich aufnimmt... Ja jetzt... Oh, es ist ganz leislig gewesen... Ja... Hört sich ein bisschen auf drei... Nein... Ah... Ha... Du kleine... Doktor... Doktor... Was ist es? Ist es ein Mädchen? Es ist ein Arschloch... Ein kleines Arschloch... Ein kleines Arschloch... Ein kleines Arschloch... Du dumminotos klemmst mich! It's... It's amazing... It's so... It's so dirty... Here... Dirty broth... Oh no, Dede... You're dead... Oh no, no, no... Alle sind tot... Jetzt musst du mich beholen... I'm the last one here? Oh no... I don't can ride you... Here on the... This place! Hinter dir! Come on... Da kommt kein Versatzschuss... Die Sektor, wenn alle drin sind... Oh no... No, no, no... Can I game alone? I... I think so... I can get better... Oh... I have only snuck... This is not very funny... I... I think I can do that... Jetzt hör auf Englisch! No, no, man! Where did it go? It's so... I think... It's a little bit better then... You have to go and get the water in your way... You can get in there... Yes only, you have to go... Hänge it? Nein, you can get it now... Nice to get in there... You have to stress... You have to chill around... You have to go and get at it... You know, you have to go and to grab it... When I get in... Dan you have to kick... Yes... It's super... It's so cool... You'll find... You'll find... You must also... You have to chance to get the water... Die Teile bleiben lang genug. Jetzt kann ich mir schön Zeit nehmen für Aktionen wie die Kiste. Wenn ich es arbeite, gehe ich nach hinten zu den Garten. Dann kommst du in den Platz. Du hast nicht die andere Kiste geöffnet, wenn du sie rausnimmst. Dann kommst du in den Platz. So, jetzt haben wir es. Der Sniper lasse ich mir an. Schau, du hast nicht die andere Kiste. Ja, ein enges Mal ab. Ich bin ein Tor oder ich bin ein Tor? Ja, weisst du, ich bin ein Tor. Wie sehen wir Scheiss-Nutten so nieder mir? Ja, ich glaube, das ist sehr interessant. Ich lasse nicht mehr viel unten in die Kiste. Ja, gut. Dann lasse ich mal schnell an und beende das, oder? Weil ich so ein guter Typ bin. Ein super Typ bist du. Ich kann schon mal an, ob es das nicht Solo anbelangt werden. Wie ist das? Wie ist das letzte Typ? Ich kann das nicht aus. Ich kann sie auch nicht aus. Wo ist das letzte Typ? Ich kann die Wahrheit nicht hören. Das ist so, wo du hier spielst. Ich gehe nicht auf, aber kein Fall. Hast du aufgefallen? Du kannst beim Newtown schon genau den Soul. Du musst nur den Soul haben. Wenn du den Soul hast, kannst du auch die anderen Specials einholen. Ja, das ist schön. Vorher, als ich den Soul hatte, ist der Ding gegangen, der orange Ding hinten. Der grüne. Du bist ein Neidrich. Wie immer. Jetzt geht's. Jetzt gehen sie mal. Natürlich, wenn alle Zombies zu mir sind. Ist das jetzt eine gute Waffe? Ja, du musst nur den holen. Ah, die Typen sind so nicht zu blumen. Du laufst mir voll in den Weg. Ja, komm bitte dahinter und zu den anderen. Dann werde ich noch ein langsamer Punkt. Dann muss ich jetzt meine sichere, gute Position wirklich verloren. Okay, und dann werde ich etwas trinken lassen. Dann muss ich auch kommen. Schaffst du es nicht zu mir? Nein. Komm mit einem Äpfel weiter. Ah, come on. Ich bin jetzt gut. Ja, das ist gut. Ja. 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 Dann lasse ich doch nicht verrecken, Mann. Scheisse. Jetzt habe ich meine Zuhause in sicher Positionen so aufgegeben. Ah, Aschi. Jetzt ist da wieder zu. Schön, du bist da. Ah. Wieso ist da plötzlich wieder zu? Das ist schon wieder zu. Ah, vorhin bin ich runtergekommen. Ah nein! Ah. Ah, super, merci. Und das haben wir bei uns, wenn wir dem Kollegen helfen. Wieso ist dort zu? Dort war ja mal nie zu. Der war nie zu. Wenn du es schaffst, schaffst du. Los, los, los. Das hattest du geschafft, Alter. Nein, es hat mich weggekippt. Nein. Ich schaff es gerade. Ja, Kollege, jetzt musst du, ich sterbe. Jetzt musst du mich heilen. Schnell. Sitz an. Du schaffst es auch. Gut. Warte, ich bin auch noch da. Ja, ich habe Angst, Mann. Ich gehe jetzt wieder laufen. Ach, scheisse. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ja, das ist schön. Was schaffst du mir da? Welcher Russisch? Wir sind im Standard-Team. Wir sind im Standard-Team. Standard-Fallkönle. Aber Sniper. Ich muss nicht fallen. Ja, jetzt versperren wir mit Sniper. Mein... Warte. Egal. Sie kommen. Warte, sie kommen! Warte, sie kommen! Hast du gesehen? One Shoes, Two Kills. Hast du gesehen? Was sind denn für schlechte Spieler? Warte. Ja, wir haben letztes Mal. Jetzt sind sie auch runde 10. Jetzt haben wir auch schon runde 9. Warte. Wir werden es noch abfahren. Warte. Warte. Ich bin so lange, wie ich halbe. Ich blitze. Warte, ist jetzt mal etwas gelegentlich ab, Mann. Ich stehe mal, du! Warte, komm. Ich habe nicht etwa 5 Mal gemessert. Der Sieger ist nicht gestorben. Nein. So, nur so. Hast du ihm gesagt? Nein. Ich habe jetzt einen Hammer, Hammer, Hammer! Schöne Abendessen. Ein LMG! Ein LMG! Oh nein, jetzt kriegst du es wieder, weisst? Ein LMG! Das ist doch das Beste, oder nicht? Ja. Das ist ein LMG. Das ist schon mal nicht so gut. Ich brauche einen Jäger. Das ist ein Jäger. So, ich bin im Sniper, Bindario. Achtung! Ja, mach mal etwas. Das ist auch noch die Hammerwerke, oder was? Du sagst, wenn sie nicht... Du musst nicht runterschliessen, konzentrieren. Lieber oben. Ein Sniper. Oben anwalten. Schau, du nur oben. Ah, bist schön da unten. Was ist mit dir? Dort oben. Du bist wahnsinnig runter. Ich bin auf dem Jäger. Ah, schön. Die Kiste noch. Ja gut, die Kiste noch. Ein runde Ende noch. Perfekt, perfekt. Es muss eine gute Waffe haben. Gib mir das Ding. Wie heisst sie? Strahlen. Ah, nein. Ding. Oh, das Strahlen ist auch gut. Echt? Die haben Strahlen. Woohoohoohoo. It's so... Oh, ich habe gar nicht mehr eine Kiste um sich. Komm schon, komm schon. Wir haben einen F. Wir haben einen F. Wo wollen wir da schon wieder einen Jig? Ich weiss es nicht. Der Landetiert ist das Wendt. Wir haben den letztes Mal aber auch nicht gehabt. So. Schon, haben wir den gehabt. Ja. Du kennst mir Däckung halt immer so. Ja. Schön. Schön Strahlen-Kanonen-Ikassiert. Haben wir letztes Mal die Runde 27 von Jügi noch gehabt? Nein, wir sind ein paar Mal gestorben. Ja, wir haben ihn noch nicht gehabt, Jügi. Ich muss hinten, Alter, sonst sterbe ich wegen dem Jügi. Ja, wegen dem Strahlen. Ja, schau, schau. So, jetzt ist klar. Hey, tschüss, tschüss. Ja. Ach, nochmal. Ich muss nachladen, nochmal. Ja, ich will nichts. Du hast auch mehr gehört. Das heisst das alles einfach nicht. Ja. Wir sind das F. Mann, engs Mann. Mann, engs Mann! F. Oh, der St.. Kling. 100 Schossen machen es jetzt. Alter, 100 Schossen machen es jetzt. Alter, Alter! Achtung! Ingestattet! Oh geil, ist heim! Wenn uns etwas kommt... Ah, kommt drauf mal rein! Ah! Oh nein! Das hat mich mega! Snell! Oh nein, das hat mich voll in die Türe eingelebt! Komm hoch! Was machst du? Opa, Opa, Dina! Mach mal! Mach mal ein bisschen! Boah! Sieh! Ah! Ah! Fuck nein! Komm hoch! Komm hoch! Werfen das Äpfel! Ja! Aber mach halt! Ich geh drauf! Schnell! 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 Ich muss auf! Stell dir vor das Äpfel! Nein! Ah! Ah! Schnell! Ich weiß nicht, was ich machen soll, Alter! Ah! Ein Äpfel! Ah! Ah! Das ist ein Scheiss Äpfel, ihr bist gewöhnt, Alter! Scheiss Äpfel, Alter! Ah! Oh endlich eine Bombe, Alter! Ah! Scheisse, Alter! Oh, ich wäre jetzt in den Äpfel draufgegangen, Alter! Oh, das ist ein Scheiss Äpfel, ich habe mir böse den Arsch geredet, Alter! Wo ist der Pimp-Automat schon wieder? Ich muss jetzt nicht gut pimpen, Mann! Wieso? Ich suche den Jaga! Komm wieder auf, Alter! Der Jaga ist noch nicht unten! Den haben wir letztes Mal auch nicht gehabt! Alter! Das scheiss Äpfel haben wir noch! Oh, aber tausend Äpfel in einem kleinen Räumchen! Ein mit tausend Äpfel! Schau, Fähre, bitte! Schau, Fähre, schnell! Geht durch zwei Äpfel und ein Äpfel! Komm jetzt! Oh, sie kleidet schon hinter mir! Sie ist mehr! Boom! Nein! Geh doch da durch! Nein, 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 nein! Ich bin hier mit dem Äpfel! Ich weiss nicht! Ich will auch, wenn ich sie einfach sehe! Ich will nicht, dass er es ist, aber... Schau! Schau, schau, schau! Ja, ja, he! Das verandert schon! Und dann musst du nach Hause gehen! Ja, ich auch! Gut, ja! Wenn er gescheit ist! Wie ich jetzt habe ich gedacht, wenn er gescheit ist, kriegt er zu uns! Ja, geil! Jetzt ist er wenigstens vorne! Er ist der erste, der drauf geht! Jetzt können wir noch ein bisschen Money sparen, wenn er noch nicht läuft! Nein! Nein, du weisst was! Komm, ich heile noch schnell! Das gibt mir noch ein bisschen Geld, Alter! Ich zeig! Äh, was ist das denn? Was ist das denn? Jetzt ist es ja wieder gescheit! So! Oh! 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 Ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Ja, ich weiss nicht! Ja ja. Ich weiss nicht! Das ist der erste Droge! Wunder im Schuss, Alter! Das ist ein verraschende Deal! Wir müssen nicht so schnell durch! Warte noch! Warte noch! Ich weiss nicht! Wir müssen das beim Nachladen! Sind ja auch gleich! Das Problem! Wir gräten die auch! Der Kokos загul development. Ja! Eingekremt im Auto! Ahhhhhhh! F' all***! Nein! Wie hat er mich gehabt? Sicher nicht, sicher nicht. Sicher nicht, wie hat er mich gehabt?